wäre tatsächlich ein reitier nicht der meinung ein reitier wäre schon wirklich krass und wir müssen mal schauen ob wir nicht hier bei der nina so schau mal was können wir kaufen schade 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 so dann gehen wir mal hier zu der lieben und kaufen in ein paar steine dann können wir hier noch eine krist an die meine ich dann müssen wir noch mal schnell nach ich weiß weil wir brauchen jetzt ein moment sates fleisch okay gut dann suche ich nehme ich jetzt ach vier start dann so ruhig jetzt kurz für unseren charakter 6 6 ist schon mal echt krass aber wir haben keine leider keine 5 gold deswegen können wir nicht kaufen ich hätte das ist leider nichts für uns ich glaube den habe ich kauft mega hässlich eigentlich aber also was ähnliches ich finde immer so wie man im shop guckt sie das 4 4 4 4 versprechen versprechen der aus ja irgendwie so sehr schön dann gehen wir kurz nach und das leckt jetzt ziemlich die bekunden account gebunden not bad das wird uns den arsch retten sag ich mal so weil ich der meinung bin den brauchen wir denn für uns denn schmikowski so was haben wir hier ruiniter garten da muss ich mal schauen proxone 100 erfahrungspunkte das ist ja echt ja gut dann gehen wir erstmal hier nehmen die quest an die wir sonst nicht annehmen konnten ach so warte mal das ist ne 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 wir gehen kurz hier ein buch der gier genau buch der gier weil ich der meinung bin dass wir dort die kleinen pinkies bekommen und eigentlich gut kann auch sein dass wir das sind die alles ja gibt glaube ich mutten barf bin ich der meinung sieht sehr sehr cool aus die aura er hat und ich bin ich wollte eigentlich ursprünglich eigentlich beim valentines event gab es sehr sehr cooles an cs das hätte ich mir sehr gerne gekauft aber ich war leider zu spät ach komm mal hier hier haben wir noch einiges zu tun dann machen wir das schnell so da haben wir kleine pinkies passt perfekt sehr schön wo die sind natürlich unter unserem level aber ganz ehrlich das hatte viel mega entspannt komisch eigentlich dass ich das nicht nicht dran gedacht habe das heißt so können wir gucken ob wir noch eine mara erlegen können dass wir sehr gut das 9e zu doll hast und echt witzig dass man hat der müsste eigentlich glaube ich auch noch was bekommen von mara wir sind ja über den level hinaus das ist sehr sehr ärgerlich oh krass wir haben noch quest ist es gut das ist gut in gewisser oben weil der sehr langsam man sich dazu könnten eigentlich auch seestände sammeln da war eine quest also nicht gut dass sie angreifen wir müssen aber auf jeden fall zusehen dass wir die jobquests beim nächsten mal machen weiß nicht ob ich das ohne euch mache oder mit euch da muss ich mich noch zu bewegen weil ach die jobquests hat echt nicht besonders und da verpasst man eigentlich auch nichts also normalerweise müsste eigentlich auch sehr schön müsste eigentlich hier nur mara rum aber so wie es aussieht ja ist sie nicht gut gelegt ist okay und ich sehe die meiste ist heute der erste tag wo ich online bin sehr sehr ärgerlich eigentlich hat es seit wirklich wirklich öfters gemacht aber kann man nicht ändern so das müssen wir auch noch abgeben übungen machen als nächstes also beim nächsten mal wo gemerkt unten reich hier muss echt her also das ist halt echt grausig ich persönlich hätte jetzt gesagt ich aktiviere es ein reit hier problem mit der ganze sache ist aber es ist charakter gewonnen und glaube ich ne und wenn ich das jetzt aktiviere und das so wäre dann das wäre das wäre ein graus das wäre echt mies wirklich wirklich mies und wenn es dann noch hässlich aussieht oh gott oh gott ich muss sagen das von valentin das gab es einen süßen geko aber es gab es gibt schon coole coole reit hier muss ich sagen also das mag ich sehr bei vierstorne reit tierer sind halt schon wirklich op in diesen hinsicht und es hat echt aber so ein krasses item das brauchst du eigentlich das brauchst du eigentlich wirklich und wenn es halt nicht hast denn es hat schwierig ja komm da machen wir noch dreimal bloß nicht slow immer noch kein zartes fleisch das ist aber echt katastrophe eine katastrophe ist es auf jeden fall so kommen dann haben wir kurz drei dinge ein und dann haben wir das auch ich überlegte das habe ich damals alles vorgelesen krass bin auf fast level ab das ist sehr gut zwei stück da können wir das jetzt auch zwei stück sie stehen nehmen wir an und können es sind abgeben schön schön das ist sehr schön schön gut so wie wir auch noch proxion ja wir haben aber wirklich wirklich viel bass what the fuck krass weiß schön so mara würde ich gerne machen aber so wie das aussieht macht da jemand schon kann man ja auch mal schreiben